Hallöchen, Pöböchen und herzlich willkommen, ich bin's wieder bei Hello986, ich hab mir einen Gast mit eingeladen, der bei dieser Ansage mit dabei sein wird, das ist der TCP Sonic. Hallo. Es handelt sich um zwei Sachen, nein um drei. Playlisten aktualisiere ich dieses Wochenende, ja ich werde mich definitiv hintersetzen. Das zweite ist, mit dem TCP Sonic habe ich jetzt angefangen ein Together aufzunehmen, das wird auf seinen Kanal hochgeladen, ich werde darauf verlinken und Bulletins dafür raushauen, also schaut da rein. Und so weiter. Genau, und so weiter. Kanal kommt mit in die Beschreibung hier rein. Und das dritte, was euch am meisten freuen wird, weswegen wir auch dieses tolle Hintergrundbild haben, Morgenpunkt 20 Uhr 15, gibt es einen Livestream von Minecraft. Und das wird nicht über meine Homepage laufen, sondern über den Link, der in der Beschreibung mit drin ist, das Ganze nennt sich Own3D. Gesehen habe ich das bei HomerJ und habe das jetzt mal angetestet und ich muss sagen, wow. Einfach klasse. Genau, TCP war live mit dabei, als ich das getestet habe. Also es werden nur noch Mikro-Ruh-Claims-Spiel sein, womit man klarkommt. Das Spiel wird also relativ flüssig laufen. Der Sound wird Top 1A-Qualität sein und ich würde sagen, den Rest lasst euch einfach überraschen. Ich werde morgen bauen. Gleichzeitig ist ein ISC-Chat mit bei, da müsst ihr euch nicht für registrieren oder sowas. Einfach Joint Chat, Namen eingeben und sofort geht's los. TCP wird morgen wahrscheinlich auch da sein, oder? Der wird dann meinen Aufpasser wahrscheinlich auch spielen, so ein bisschen. Wir werden vielleicht den Skype quatschen. Ihr werdet es sehen. Ich hatte ihn eben gerade, während ich das überprüft habe, auch in der Skype-Konfi drin gehabt. Und es liebt flüssig. Also vielleicht, wenn ich das Skype dann sogar aus habe, läuft es noch flüssiger. Also lasst euch überraschen. Morgen 20.15 Uhr seid mit dabei. Und ich würde sagen, das war es auch wieder. Ich bin Hello986. Und ich t-c-t-sonics. Bis dann. Tschüss. Tschüss.